so liebe leute das war ja noch mal knapp wir sind gerade dem koch so entkommen und haben jetzt den fisch und mit dem können wir uns endlich die angel holen wir fahren also mal rüber nach fett island an den kai und gehen zu dem angler und damit werden auch ein karten stück wieder ein stückchen näher und weitere tipps die habe ich noch da gehen wir aber später dann darauf ein jetzt gehen wir erst mal zu captain jades schiff und ja wagen die reise nach fett island auf dem kürzesten weg bitte so mein lieber jetzt ist die angel mein hoffentlich nicht reden auspacken zeigen ja ja jo her mit der angel jo danke jetzt gehen wir mal gucken wo der hinläuft nirgendwo hin der bleibt da stehen er ist nirgendwo hingelaufen okay halt moment jetzt fällt mir noch was ein wir haben doch dafür gesorgt dass die in knast kommt und wir haben sie doch befreit bei allen die inhaftiert waren lag doch da immer ein umschlag im regal oder ah bitte ja dann gehört er ja auch ganz offensichtlich mir dieser umschlag was ist denn da drin ja ein nahe krog ach nee okay geil ja nur was machen damit kann ich den zu mixen der trinkst für den sprück wettbewerb benutzen könnte man mal testen wo wollen wir denn hin so sieht sieht es aus wir wollen das kartenstück angeln das ist ja an der krippe von der krippe zum klippenrand und wer ja gelacht wenn das jetzt nicht geht oder ah na also ich glaube es aber erst wenn ich das ding wirklich in der hand habe ja sieht doch gut aus haben wir es doch geil ach nee oder nee oh nein es war doch klar irgendwas musste doch kommen wo geht es hin zum baum dang ach jetzt macht das ja noch mal mehr sinn also der tipp vom holger war wenn du doch einen spürhund hättest der das kartenstück erkennt ja natürlich das war ja das stück von der elaine und der hat ja angeschlagen äh als ich mit dem kartenstück aus der villa raus wollte also müssen wir ihn jetzt überreden dass er mitkommt aber wie nehmen das war jetzt so blöd dass es wieder gut ist nein 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 nicht seite nicht seite ach dass das funktioniert das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet sehr schön ein großer baum bitte benutzen nicht anschauen danke sonst wäre nur wieder ein blöder kommentar gekommen da ist der vogel okay wir den auch nehmen na gut also jetzt benutzen wir mal den hund hopl ha 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 da dachte aber hier werde noch eins drin Da wird kein weiteres drin sein. Okay. Ich dachte immer, da wäre das zweite drin. Aber nee, ist nicht so. Eins haben wir. Das ist gut. So. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn hier weiter? Also, wir sind ja noch auf Booty Island. Und jetzt war noch der Tipp von Amidala da. Ich möge mich doch nochmal um den Spiegel kümmern, wo der Papagei vorsitzt in diesem komischen Laden. Und das Ding ist ja, dass dieser Papagei sich gerne im Spiegel anschaut. Und der Tipp von Amidala war, tauscht doch den Spiegel mit diesem Papageienfutterbeutel. Weil da ist ja auch ein Papagei drauf. Vielleicht glaubt er das. Muss damit bestimmt zu tun haben. Aber. Alles klar. Und hier drücken. Kann ich den irgendwie hier von dem Spiegel ablenken mit irgendwas? Achso, da ist der Haken. Ach Mensch, na klar. Jetzt aber. Ja, ja, klar. Das war fast viel zu einfach. Danke, Amidala. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Ding will. Das ist jetzt das nächste Thema, aber. Ich hab's schon mal. So, Cage steht doch hier auch noch rum. Vielleicht kann ich mit der nochmal reden. Das haben wir ja noch nicht gemacht. So wird das nix. Ich mach mich nochmal nach, nach Woodtick und, ähm, hole mir nochmal alle Drinks. Was passiert jetzt? Oh, jetzt krieg ich den Idioten wieder auf den Hals gehetzt. Das ist kein Mensch, nein. So, gehen wir nochmal in die Bar. Oh, ich hab gedacht, ich könnte behalten, irgendwie zu mischen. Was nehmen wir denn? Einmal alles. Er macht hier richtig Reibach mit mir. Den braunen hab ich immer noch und jetzt haben wir alle drei hier. Also irgendwie lässt mich ja dieser Spruchwettbewerb nicht los. Dann gehen wir da mal hin und untersuchen diese Szenerie auch nochmal. Aber wenn ich jetzt schon hier auf Scab Island bin, ich will das mit der Gruft nochmal anschauen. Ich mein, ich hab ja immer noch dieses Buch mit diesen Piratensprüchen und die waren ja auf den Särgen drauf und irgendwie... Da muss so irgendwas zusammenpassen, was ich noch nicht gesehen hab. Also öffnen tut er keinen. Den öffnet er jetzt doch. Was ist jetzt los? Hat das vielleicht damit zu tun, dass ich dieses Buch das letzte Mal gelesen hab und ich hätte danach nochmal probieren sollen zu öffnen? Silty. Asche. Was mach ich mit Asche? Kann mir die Voodoo-Dame da weiterhelfen? Mal wieder einen Besuch abstatten. Ich war ja lange nicht da. Was mach ich mit Asche? Da war doch irgendwas mit. Ja genau, mein ich doch gesehen zu haben. Asche zu leben. Hey, das ist nur ein Displaymodell. Ich habe hier die reale Dinge zurück. Das ist eine meiner die stärksten Potionen. Das bringt den Tod zurück zu Leben. Ah, da kann ich den wiederbeleben, okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, das läuft ja doch. Nein. Das klingt doch... Bedeutende Auswürfe, das hilft mir nicht weiter, ne? Das klingt doch nach Bibliothek. Aber wonach muss ich in der Bibliothek suchen? Kochbuch. Also wieder ab nach Fett Island. Ein Hin und Her. Und schon habe ich den Spukwettbewerb wieder vergessen, der mir eben noch so wichtig war. Na, Fett Island bitte und ab in die Bibliothek. Dann geben wir der Mutti erstmal wieder die Bücher zurück, die ich nicht brauche. Sonst wird die wieder pampig. Danke. Das gucke ich mir nochmal an. Das gucke ich mir nochmal an. Das gucke ich mir nochmal an. Das ist ein ziemlich useless Buch. Ich bin nicht sicher, warum ich es ausgesehen habe. Weil ich dachte, dass es gut wäre. Danke. Geht das wieder los mit dem Karteikasten? Kochbuch. Booking? See? Hunde-Fan, Krankheiten, Krankheiten. Das hat man schon. Kochen. Das sieht gut aus. Das merke ich mir mal. Noteworthy Pirate-Foods. Hmm, I'll have to remember that. Das war's auch schon. Na gut, andere Schublade. I think I'll try a different drawer. Jetzt gehen wir nochmal nach Kavi kochen. Dann haben wir Englisch und Deutsch durch. Kleptomanie, Nieren, Ketchup. Kiel holen. Danke, Kammer, Karate. Das war's auch schon. Ah, wir gucken nochmal, ob wir irgendwas zur Asche finden. Das ist alles B. Getränke, Moment. Nehmen wir uns nochmal mit. Na, dann gehen wir erstmal zu ihr rüber. Ich habe es mit diesem Karteikasten. Oder wir müssen nach Voodoo suchen. Das ist auch nicht der Vorstellung. Ich habe es mit dem Buch. Was ich für ein Buch? Was du für ein Buch hast? Was du für ein Buch? Was du für eine Schublade? Was du für eine Schublade? Das ist das nicht der Schublade. Das ist der Schublade. Ja, ja, ja. Dankeschön. Das war's nicht. Also, Voodoo. War's auch schon. Seelrezepte Voodoo. Na, da kommen wir der Sache näher. Ah, das war's doch. Das war's doch. Ja. Das ist es. So. What do you want this time? I'm looking for a book. What book are you looking for? Das nehmen wir. Could you find the joy of Hex? Oh, lass es doch bitte einmal nah sein. Danke. Okay. Here you go. Anything else? Do you have beverages for everyone? Das wollen wir nochmal sehen, ja. Okay. Here you go. That's your limit. You'll have to give some books back before you can check out any more. Oh, doch gut, Voodoo. So, bitte, hier. Beverages for everyone. You know, I don't believe there's a man, woman or child alive, who doesn't occasionally enjoy a lovely beverage. Danke. Thank you. Und wir gehen zur guten Voodoo-Lady. Um Gottes Willen. Also, wieder mal ab nach Booty Island. Where do you want to go? Hier hin. Nein, es ist doch Scab Island. Um Gottes Willen. Where do you want to go? Kriege ich dann eigentlich 6000 Goldstücke her? Okay. Wir nutzen, bitte. Wir nutzen, bitte. Ja, aber hallo. Hier brauchen wir nicht mehr, die Voodoo-Puppe. Hier. Einfach mal ausprobiert. Ohne Ahnung. Asche zu leben. Muss ich das jetzt in der Gruft benutzen? Was anderes kann ich mir jetzt irgendwie gerade nicht vorstellen. Okay. Die schöne Flötenmusik. Ach, wie toll. Okay, das passt. Uh, ja. Mm. Hahaha. Uh. Hahaha. Green is your old pickle relish. But I'm not ready to die. I feel my soul is not at peace. Ja, und das wäre. Perfekt Plumps, when cooked, Wiener-Technologie? Wow. Ich habe nur dieses knackige Gefühl, dass ich das Gas in meinem Restaurant verlassen habe. Das macht mich verrückt. Na dann. Ich habe gesagt, dass ich einen Big Whoop schaue. Big Whoop? Hehehehehe. I'll take that secret with me to my grave. Oh nein. Oh, you have it with you? Great. You can have my part of the map to Big Whoop. But only if you do me a favor first. Could you check the gas on my weenie hut for me? Naja, wenn das alles ist, okay. What do you care about it? You're dead. Please. Give me the map and I'll check the gas for you. Check the gas and I'll give you the map. Okay. Sure, I'll check it. Thanks. Here's the key. Na super. Und wie soll ich von dir jetzt die Karte bekommen? Schlüssel haben wir. Das ist gut. Einmal Auszeiger ist weg. Hilfe. Was ist jetzt los? Fortsetzen. Komm, nicht mehr mit dem Spiel in dieses Fenster rein. Mit dem Auszeiger in das Fenster rein. Was denn für ein Bug? Ich muss leider mal, es tut mir leid, speichern. Das kriege ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Und ich lade ihn mal neu. Was soll das denn? Was soll das denn? Hängt. Ist nicht wahr, oder? Haben wir denn ein Auto-Safe gehabt? Ja, zwei Minuten vorher. Fangen wir nochmal. Krusty is a stale bun. But I'm not ready to die. I feel my soul is not at peace. There is something I must do before I pass on. Perfect plump-when-cooked wiener technology? No. I just have this nagging feeling that I left the gas on in my restaurant. It's driving me crazy. Ja, äh. I'll check the gas for you, Rapp. Thanks. Here's the key. Dann nimm ihn. So. Dann machen wir das doch mal. Das ist die Wurstbude wahrscheinlich am Strand, ne? Wo ist er denn da? Und das war's. Ofen. Hauen wir mal an. Das war's schon. Hm. Das soll alles gewesen sein. Mal schauen, ob wir ihn nochmal wiederbeleben können dann. Äh. Na gut. So, mal gucken, was er jetzt sagt. Well. No. Yo. Give me the map and I'll check the gas. Check the gas and I'll give you the map. Na gut. You were right. The gas was on. I turned it off. Thanks. I guess where I'm going. I won't need this map anyway. Thanks. Now I can rest in the folds of the earth. Like a steaming weenie in a soft, fresh bun. Ah, schön. Jetzt kannst du wirklich in Frieden ruhen. Vielen Dank für den Kartenteil. Damit hätten wir zwei. Perfekt. So. Ähm. Ja, liebe Leute. Ich entschuldige mich mal für die kleine technische Panne da eben. Ich hoffe, das war nicht so schlimm. Ich hab zwar überlegt, das Video nochmal zu schneiden. Während ich hier, ähm, weitergespielt hab, hab ich natürlich ein bisschen parallel nachgedacht. Will ich aber nicht tun, weil das wär irgendwie auch blöd. Und, äh, ich wollt's auch nicht neu aufnehmen, weil es macht irgendwie keinen Sinn, das nachzuspielen. Und so zu tun, als würde man nix wissen, ne? Insofern, ich lass es einfach so, wie es ist. Das habt ihr jetzt auch gesehen. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann doch in der Tat um den Spuckwettbewerb kümmern. Wer da eine Idee hat, was ich mit diesen blauen Drinks machen kann, mit dem gelben, mit dem roten. Ob der beinahe Krog dafür wichtig ist. Ja, wer da was weiß, der kann mir ja mal ein paar kleine Tipps geben. Aber wie immer nix verraten, sondern nur Hinweise reinstreuen. Dann schauen wir mal, was wir draus machen. Und wenn es euch trotz der technischen Pfanne hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen hoch oder einen lieben Kommentar freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.